Und wir gehen jetzt live nach Linz zu Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Minister Anschober, es gibt ganz viele Kritiker, die sagen, was Sie da heute verkündet haben, ist der reine Symbolpolitik. Es gibt keine einzige bekannte Corona-Infektion aus einem Supermarkt oder einer Postfiliale. Warum müssen dort alle Kunden eine Maske wieder tragen, aber die Kunden in Trafiken nicht? Oder zum Beispiel die Kellner in Lokalen, wo sich Menschen viel länger aufhalten, auch nicht? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir merken eben ein derartiges virologisches Grundrauschen wieder in Österreich. Das heißt, ein Indikator für uns sind diese sogenannten Rhinoviren. Die Rhinoviren sind die, die kennen wir alle, was die Auswirkung betrifft, nämlich die verursachen Erkältung, Schnupfen. Und was wir merken in den letzten zwei, drei, vier Wochen, das ist, dass bundesweit eigentlich in ganz Österreich die Zahl dieses Parameters wieder im Steigen ist. Das heißt, wir müssen handeln, wir müssen etwas tun. Wir wollen nicht zu spät dran sein. Und deswegen war der Beschluss aus meiner Sicht ein sehr vernünftiger, nämlich überall dort, wo Menschen, die einer Risikogruppe angehören, verkehren müssen, wo sie hingehen müssen, eben in den Lebensmittelhandel, zu Post und Bank, dass wir dort mit diesem Mund-Nasen-Schutz beginnen und dass wir ihn dort einführen, und zwar ab Freitag. Aber genau dort gibt es bis jetzt keine Probleme. Und wenn es genau dort ist, warum gilt die Maskenpflicht dann nicht in allen Geschäften wie eben früher? Naja, das sind eben die Lebensbereiche, wo ich keine Alternative habe. Ich muss nicht unbedingt ins Wirtshaus gehen, ich muss nicht in die Modepoutique gehen, aber ich muss mir Lebensmittel einkaufen. Ich muss zur Bank gehen, ich muss zur Post gehen, ich muss in die Apotheke gehen. Die war ja schon bisher von diesem Mund-Nasen-Schutz und seiner Verpflichtung betroffen. Und deswegen diese Einführung. Der Mund-Nasen-Schutz schützt ja nicht mich, sondern schützt den anderen. Und da geht es im Wesentlichen um den Schutz der Risikogruppen. Die müssen dort hingehen und die sollen gesichert dort verkehren können. Jetzt sind die Infektionszahlen ja regional extrem unterschiedlich. Und Sie haben zuletzt immer wieder gesagt, wir brauchen regionale Maßnahmen. Warum dann eine bundesweite Maskenpflicht, obwohl es in Vorarlberg und im Burgenland wahrscheinlich wahrscheinlicher ist, vom Blitz getroffen zu werden, als einem Corona-Infizierten zu begegnen? Naja, das mit dem Blitz und dem Corona-Infizierten würde ich so nicht stehen lassen. Das Risiko ist schon da und das ist ja der eine Punkt. Natürlich geht es auch um einen psychologischen Effekt. Das sage ich ganz offen und ganz ehrlich. Es geht darum, dass dieses deutlich gesunkene Risikobewusstsein wieder gesteigert werden muss, damit wir im Herbst keine große Überraschung erleben und eine zweite Welle auf jeden Fall verhindern können. Das ist mit ein Ziel, dass dann, wenn ich in bestimmten Bereichen diesen Mund-Nasen-Schutz wieder zu verwenden habe, dass dann unsere Alarmsysteme wieder etwas besser ausgestattet werden. Das ist ein Ziel davon. Und das Zweite ist, wir merken eben, diese Indikatoren, diese Renovieren nehmen in ganz Österreich derzeit zu, nicht nur in zwei, drei Bundesländern. Und ja, wir haben die regionalen Cluster derzeit in drei, vier Bundesländern. Die werden auch sehr gut bekämpft von den regionalen Behörden, von den Landesbehörden. Aber was wir auch merken, das ist, dass es schon langsam wieder zunimmt und zwar fast flächendeckend. Eine Ausnahme haben wir, nämlich Vorarlberg. Aber es geht darum, dass wir zeitig, rechtzeitig Gegenmaßnahmen setzen. Denn der Kampf gegen die Pandemie, gegen die schwerste Pandemie seit 100 Jahren, das ist vor allem auch ein Wettlauf mit der Zeit immer. Jetzt werden ja derzeit österreichweit etwa 7.000 bis 8.000 Tests durchgeführt. Jetzt weiß man, dass ca. 1% dieser PCR-Tests falsch positive Resultate liefern. Also, dass jemand als positiv getestet wird, obwohl er das Virus gar nicht hat. Da sind bei 8.000 Tests etwa 80 falsche Meldungen jeden Tag. In Wahrheit wissen Sie doch überhaupt nicht, wie viele Menschen in Österreich Coronaviren haben. Naja, wir wissen schon, denn das ist ein Rest-Unsicherheitsfaktor, da haben Sie schon recht. Den gibt es, den hat die Wissenschaft noch nicht ausschalten können. Aber wir machen ja sehr breite zusätzliche Tests, Screening-Tests, vor allem bei Risikogruppen, vor allem in Bereichen, wo es zwar keine Symptome gibt, aber wo wir wissen, dass es international hier entsprechende Fälle gibt. Deswegen schauen wir vor allem in diese Bereiche hinein, so unter dem Motto, unter den Teppich schauen, damit wir im Herbst keine Überraschungen erleben. Aber Sie haben recht, es gibt einen Unsicherheitsfaktor, der dabei ist. Den kann man nicht zu 100% ausschließen. Aber die Grundaussage ist eine relativ sehr verlässliche. Was man ja definitiv weiß, ist, dass alle größeren Cluster der letzten Wochen bei Veranstaltungen in Innenräumen passiert sind. Also bei diesem berühmten Rotary-Treffen in Salzburg, bei Gottesdiensten und so weiter. Jetzt darf man seit 1. Juli Indoor-Veranstaltungen mit 250 Personen organisieren. Ab 1. August mit 500, mit eigenen Erlaubnissen sogar bis 1.000 Besuchern. Und ab 1. September mit bis zu 5.000 Personen. Ist das nicht viel, viel gefährlicher als Supermärkte ohne Maske? Und müsste man nicht das überdenken? Na ja, das, was wir machen, das ist jeden Tag die Cluster-Analyse, die Sie schon angesprochen haben. Und da ist das Ergebnis sehr unterschiedlich. Wir haben ein paar Risikobereiche, wo sich entsprechende Cluster-Häufungen ergeben. Ein Bereich sind ganz stark Familienfeiern, und zwar Outdoor wie Indoor. Das ist ein zentraler, wesentlicher Bereich. Bestimmte Kirchen waren auch stark betroffen. Bestimmte Arbeitsplätze, Stichwort Schlachthof, Ettoinhorn, der ein wesentliches Thema für Niederösterreich ist. Und reiseassoziierte Cluster haben wir auch eine ganze Reihe in den letzten Wochen registrieren müssen. Und deswegen ein differenziertes Vorgehen. Einerseits Kontrollmaßnahmen, was die Einreise aus dem Westbalkan betrifft, um diese reiseassoziierten Cluster zu reduzieren. Zweitens Sondermaßnahmen dort, wo es um bestimmte Kirchen geht, die wir auch mit einem Mund-Nasen-Schutz oder auch in besonderen Situationen mit einem Verzicht auf den Gottesdienst in den Griff kriegen wollen. Das sind zwei große Bereiche. Aber das Allerentscheidende für mich ist eigentlich, es geht um das Risikobewusstsein. Wenn wir wieder dorthin kommen... Aber ich möchte kurz zu meiner Frage zurückkommen, Herr Minister, nämlich zu den Veranstaltungen in den Innenräumen. Heißt das, dort wird sich nichts ändern? Naja, aus heutiger Sicht werden wir genau das machen, was unsere Strategie von Beginn an war, dass wir nämlich kontinuierlich begleiten. Das heißt, wenn ein Öffnungsschritt erfolgt, so wie er von Ihnen aufgezählt wurde, und das ist ja korrekt dargestellt, dann wird begleitend kontrolliert, evaluiert, überprüft, ob es in diesem Segment, in diesem Bereich anschließend zu Erhöhungen kommt. Und wir haben das immer gesagt, Öffnungsschritte können auch sehr rasch wieder zurückgenommen werden. Würden Sie momentan in ein Kino gehen oder zu einer Geburtstags- oder Hochzeitsfeier mit 50, 60 Gästen? Es kommt völlig darauf an, welche Grundstimmung dort ist. Ich erlebe viele Veranstaltungen, wo man extrem vernünftig vorgeht, wo dann, wenn es eng wird, auch ein Mund-Nasen-Schutz verwendet wird, wo man die Hygienemaßnahmen beachtet, den Mindestabstand einhält. Dort habe ich ein gutes Gefühl, dort wird nichts passieren. Aber dort, wo das Risikobewusstsein weg ist, und das war in bestimmten Bereichen der Fall, dort würde ich keinen Besuch machen. Und unser Ziel ist ja genau, dieses Risikobewusstsein wieder zu reaktivieren, damit wir als Gesellschaft aufeinander aufpassen und Verantwortung übernehmen. Sie setzen uns auf diese Corona-Ampel, die ja je nach Bezirk anzeigen soll, wie die aktuelle Lage ist. Die soll im Herbst kommen, haben wir heute gelernt. Aber was dauert daran eigentlich so lange? Sie haben ja alle Zahlen. Warum ist diese Ampel, die ja ganz dringend notwendig wäre, nicht schon jetzt? Die Zahlen gibt es. Wir werden bis nächste Woche, bis zum Sommerministerrat, bereits die Indikatoren beschließen können im Ministerrat. Da geht es um vier große Bereiche, die zueinander geführt werden und die dann darüber entscheiden, welche Farbe die Ampel hat, ob von grün bis zu rot. Aber das weiß man ja schon alles. Warum dauert das so lange? Na ja, man muss Indikatoren entwickeln. Zweitens, wir brauchen eine Corona-Kommission. Die muss bestellt werden. Auch das wird bis nächste Woche erfolgen. Drittens werden die Leitlinien, also was muss dann konkret passieren, in diesen Tagen, in den nächsten Tagen, mit den zuständigen Bundesministerien und den Ländern ausverhandelt und fixiert. Und dann viertens geht es um die rechtlichen Grundlagen. Das ist das Entscheidende, die wir dafür noch brauchen. Deswegen wird der Probebetrieb zunächst einmal im August möglich sein und starten. Aber die rechtliche Absicherung brauchen wir für einen Vollbetrieb, für einen Regelbetrieb. Und nachdem der Nationalrat voraussichtlich Anfang September tagt, müssen wir einen derartigen Beschluss Anfang September abwarten. Seit Monaten wurde betont, wie wichtig die Corona-App des Roten Kreuzes für die Bekämpfung der Pandemie sein wird. In Deutschland haben die dortige App schon 16 Millionen Menschen heruntergeladen. In Österreich erst ein paar Hunderttausend. In der sehr langen Regierungspressekonferenz von heute kam die App mit keinem Wort vor. Warum denn? Die App ist ein zentraler Bereich unseres Aktionsplans gegen die zweite Welle, den wir nächste Woche beschließen werden. Da wird auch die App zentral ein Thema sein. Sie wird auch präsentiert werden. Was die Geschichte der App ist, so hat es einfach verschiedene Verwerfungen in Österreich gegeben und Verunsicherungen. Dadurch, dass man davon gesprochen hat, man will eine Zwangs-App, eine verpflichtende App realisieren. Jetzt haben wir das vom Tisch. Die technische Regelung ist jetzt up to date, wurde weiterentwickelt vom Roten Kreuz. Jetzt gehen wir in die Bewerbung. Und ich gehe wirklich davon aus, dass viele Bürgerinnen und Bürger das mittragen und mitnützen. Denn es ist ein guter Schritt, um sich zu schützen und um den anderen zu schützen. Letzte Frage noch. Eigentlich sollte die neue Maskenpflicht ja schon am Sonntag verkündet werden. Aber wegen des EU-Gipfels hat man bis heute auf den Bundeskanzler gewartet. Jetzt sind da heute keine besonders weitreichenden Maßnahmen verkündet worden. Hätten nicht Sie das als Gesundheitsminister schon am Sonntag machen können? Braucht man wirklich vier Regierungsmitglieder, um das zu verkünden? Also ich glaube schon, dass weitreichend die Regelungen sind. Ich merke das ja auch, welche Diskussionen das auslöst. Und das ist ja grundsätzlich gut so, dass wir uns auseinandersetzen damit. Aber wir haben, und ich habe ja diesen Mund-Nasen-Schutz vorgeschlagen und auch die Ampel vorgeschlagen. Aber was mir wichtig ist, das ist, dass die Bundesregierung als Ganzes dahintersteht. Also dass wir das gemeinsam tragen. Und deswegen diskutieren wir all diese Entscheidungen auch miteinander aus und setzen sie gemeinsam um und präsentieren sie auch gemeinsam. Ich glaube, das ist im Sinn der Sache etwas Positives. Herr Bundesminister, vielen Dank für das Gespräch. Guten Abend nach Linz. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.